Der Holzboden der Emsländer Schiebegardine oder dem Krone Dryliner wird in der Regel schlecht behandelt. Er wird mit Füßen getreten und mit Staplern gefahren. Er muss daher über starke innere Werte verfügen, sonst würde er das nicht klaglos über Jahre überstehen können. Und wie genau er zu dieser inneren Stärke kommt, tendenziell nämlich nicht durch Yoga. Und wie der Boden hergestellt wird, zeigen wir euch später. Gehen wir uns heute mal damit zufrieden, dass der Werker für jedes Fahrzeug einen individuell konfektionierten Boden ans Band angeliefert bekommt. Er braucht nur noch abzudichten und die vorgebohrte Bodenplatte mit der gewindeformenden Schraube auf dem Chassis zu fixieren. Und da Krone auch sehr gute Schweiß-Fachingenieure hat, findet die Schraube immer das zugehörige vorgebohrte Loch im Chassis. Und wegen des im Außenrahmen formschlüssig geklemmten Bodens sind dort keine Bohrungen erforderlich. Aber losgelöst davon, ob nun mit oder ohne Bohrung, beträgt die maximale Staplerachslast im Standardboden 7 Tonnen, kann aber optional auf 8 Tonnen erhöht werden. Da das aber mit dem immer gleichen Holzboden geschieht und auch mit der immer gleichen Anzahl an Querträgern im Chassis realisiert wird, muss für den 8 Tonnen Boden der Querträger verstärkt werden. Um bei der Beladung Punktlasten zu vermeiden, muss man natürlich mit Kanthölzern arbeiten. Dabei muss das Kantholz aber mindestens 1,50 Meter breit sein, damit die Last auf beiden Hauptträgern aufliegt. Und wenn dann das nächste Kantholz in ungefähr 2,5 Metern Entfernung liegt, kann darauf die komplette Nutzlast abgelegt werden. Und das ist auch der Grund dafür, dass KRONE mit soliden Schweißkonstruktionen arbeitet und die eher weichen Bolzverbindungen meidet.